Meine lieben Freunde, Dienstag ist die erfolgreichste Sendung auf OE24 TV. Das Kultuell Groß vs. Bornmähner geht ins Finale. Ja, die letzte Sendung vor Weihnachten steht an heute, Dienstag, ab 21.30 Uhr in Vellner Live auf OE24 TV. Also seid noch einmal dabei, bevor es in eine zweiwöchige Weihnachtspause geht, die wir wohl alle brauchen. Das Weihnachtsfest steht vor der Tür, unverkennbar. Die Menschen können sich Weihnachtsgeschenke, Strom, Heizung, Mieten nicht mehr leisten. Die Regierung hat die Bürgerinnen und Bürger in diesem Jahr der Inflation schutzlos ausgeliefert. Die Diskussion um neue Koalitionsformen zwischen Sozialdemokratie und Freiheitlichen in Österreich. Dann der Kurzprozess und die gestrige Aussage von Finanzminister Löger. All das und vieles mehr. Natürlich auch internationale Themen. Heute, ab 21.30 Uhr in Vellner Live. Ich freue mich. Seid dabei. Zeigen wir noch einmal, was wir für eine starke Duellfamilie sind.